servus leute herzlich willkommen zu einem prospekt vorstellungs video und kaufberatungs video heute ist an der reihe netto markendiscount und dann schauen wir einfach mal was die dieses jahr so im angebot haben ob es da unterschiede gibt zum letzten jahr und hier geht es los wir haben dieses jahr hier einige neuheiten mit dabei die befinden sich gleich hier alle auf der ersten seite haben wir also sechs neuheiten an der zahl hätten wir einmal das pyro profi set für 29 98 vierfach fontaine zweimal sechs schuss batterie einmal acht schuss einmal 16 und einmal 21 müsste ich mir mal ein effekt video anschauen aber könnte ich mir vorstellen dass das für den preis ganz okay ist die zweite neuheit ist extrem extremity extremity für 1998 die ist etwas teuer dann die dritte neuheit ist heatwave für 590 werde ich denke ich mal mitnehmen zum testen destroyer für 499 auch die werde ich wahrscheinlich mitnehmen zum testen dann haben wir noch giga shot für 99 da muss ich mir noch ein effekt video zu anschauen und auch dieses jahr hier im angebot die wunschrakete für 299 die ist jetzt echt fast überall im angebot okay dann geht es weiter mit dem altbekannten wir haben hier imperator 19 98 kostet das ganze weil ich nicht ob sich das wirklich lohnt dann haben wir hier noch den hannibal für 34 98 anubis für 799 30 schuss batterie das ist wirklich ganz okay das ist wirklich ganz okay das ist wirklich ganz okay dann das leuchtfeuerwerksortiment athena haben wir noch hier am start für 490 das ist wirklich ganz okay das ist durchaus empfehlenswert das hatte ich schon dann geht es hier weiter akropolis ein batterie verbund glaube ich zumindest mehrere effekte für 39 98 ja genau das ist ein batterie verbund mit verschiedensten effekten hier steht vulkan effekte glitter effekte glitter effekte sternen bokehs feuerblumen effekte glitter kometen und chrysanthemesterne 99 schuss 700 gramm pulver also enem ramses für 9 98 finde ich relativ teuer dann haben wir die nummer drei das ist zerber us hier zu sehen für 12 98 und dem batterie verbund torus für 19 98 dann hier auch noch im angebot zeus für 29 98 das ist schon echt recht teuer pegasus pegasus für 14 98 pegasus für 14 98 hefeistos hefeistos irgendwie so für 15 98 dann troja zweimal für 9 98 und merkurius für 7 99 und merkurius für 7 99 so für die ultimative mitternacht show da werde ich mir dieses jahr auch mal irgendwie ein zwei raketen sortimente mitnehmen zum testen ich weiß noch nicht genau welches wir haben hier einmal das götterfunken sortiment für 14 98 jetzt echt eine bunte mischung drin das wäre vielleicht eine überlegung dann haben wir noch das raketensortiment afrodite für 19 98 dann osiris für 9 98 auch hier jede menge böller noch mit drin noch frittete mit reinen raketen drin für 9 98 das ist denke ich ganz ok fortuna für 19 98 mit auch einer bunten mischung und setos das ist echt ein ganz cooles sortiment weil da sind auch die spacers und raketen drin für 7 99 das ist echt empfehlenswert weiter geht's wir haben hier das super knallvergnügen für 3 99 und die china böller d von 4 99 werde ich denke ich mal mitnehmen zum testen dann haben wir hier noch die super maxi wunderkerzen für 1 99 böller parade für 8 99 ist recht teuer und relativ wenig drin ich bin schon oft überlegen weil es eigentlich ganz cool aussieht ob ich es mal mitnehmen zum testen aber weiß noch nicht die reibkopf kneller habe ich noch genug davon da da werde ich mir keine mehr holen kinapeng für 7 99 ein echt richtig geiles sortiment gibt es ein video dazu auf meinem kanal 1000 abo special das ist echt ein geiles sortiment und hier noch die megamatte für 1 99 und hier noch die megamatte für 1 99 ja und das war es auch schon ich denke das netto hat doch auch wieder echt ein gutes angebot mit ein paar neuheiten wo ich bestimmt auch die eine oder andere sache testen werde ja und dann hoffe ich das video hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao leute vor euch Bis zum nächsten Mal.